Drei tapfere Krieger stellen sich der Gefahren in Carnage Chronicles. Mit dabei, Gaming Lady Nikki, Null Pointer und Tupac VR. Oh, hier ist ein Fischi. Guck mal. Ein Fischi. Fischi. Die Niki entdeckt alles. Komm mal her. Komm mal her. Ach da. Fischi, 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 Fischi. Da ist ein Angler. Oh. Du hast Fischi getötet. Okay, wir müssen hier, ne? Ja, ich geh mal rein. Ja. Dann, auf in den Kampf. Wow, wo sind wir? Wir haben mal wieder eine Schriftrolle. Wir müssen wahrscheinlich aktivieren, ne? Die Entrance gapt like a mouth. So, hier sind auch immer Sachen drin in diesen Basen. wie ein Serpentine-Spine. So, Niki, hast du schon mal die Ampost benutzt? Ja, erst aus Versehen. Du musst immer nachladen, ne? Dann musst du so kurbeln. Kurbelt. Du hast immer drei Schüsse. Du kannst aufladen, ne? Ja, genau. Okay, hat man unendlich viel Schuss, oder? Ja. Aber du musst halt immer nach drei Schüssen aufladen. Alles klar. So, das hier sind so Save-Points immer, diese Platten. Geht auch. Geht auch. Geht auch. Aha. Geld. Hier, ich lass euch auch noch was übrig. Das war doch schon mal ganz gut. Da hinten ist wieder einer. Guck mal, da hinten ist noch einer. Ja. Das zielen ist am Anfang ein bisschen... Ja. Na schön. Da ist noch einer. Links. Leider lädt er nicht so schnell nach, wie ich will. Ja. Ah, der ist schon richtig. Wow. Irgendwas schießt hier auf uns. Critical, jawoll. Den haben wir jetzt. Ich stürme mal auf den zu. Wie hab ich denn eben so... Der bewegt sich. Du sollst dich nicht bewegen. Ja, der bewegt sich. Das hat er bei mir erst auch gemacht. Oh, da oben ist noch einer. Da oben sind welche. Den treffe ich doch eh nicht. Trifft er mich schon wieder? Ach komm. Ach, hier unten. Der bewegt mich. 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 Oh Gott. Mist. Mein Herz schlägt schon. Ja, ich muss auch aufladen. Ich bin tot. Das ging schnell, Leute. Ich habe gar kein Schild, glaube ich. Oha, mich hat ein Pfeil, mich hat ein Pfeil getroffen. Ich bin wieder neu gespawnt. Wo spawnt man denn? Wieder am Tor. Okay. Ach so, an diesem Punkt dort. Genau. Wir können dich bestimmt auch irgendwie wiederbeleben, oder? Aber da war jetzt gerade eine Hektik. Also ich konnte mich gerade selbst wiederbeleben. Ja, aber dann musst du ja den ganzen Weg wieder hinterherlaufen. Ja, ich hoffe mal, wenn man einen Checkpoint hat, dass man dann nicht wieder komplett zurückgeworfen wird, ne? Ja, stimmt. Wir werden mal sehen. Ja, warte mal. Ich muss mal das Bewegen auf HMD orientiert umstellen. Wenn ich den Schild hochhalte, dann kann ich mich nicht mehr vernünftig zur Seite bewegen. Weil ich ja dann... So, genau. Hallo! Oh, der hat sich gedummt! Hilf mir! Ja. Ich krieg ihn nicht rein. Komm! Oh, der ist hier... Jetzt duckt er sich auch noch. Ja, der hat sich bei mir auch gerade geduckt. Ich hau den Po. Ja, du stehst ihn gut. Der ist echt gefährlich, wenn man mit drei Mann auf einen draufknallt. Ja, wegen Friendly Fire, ne? Ja. Also das müsste man eigentlich noch ausstellen können. Und da hinten ist wieder was? Ja, andererseits ist halt auch irgendwie cool. Ja, realistischer halt, ne? Vorsichtig, geh mal vor. Soll man nicht mal kurz... Wartet mal, hier liegen bestimmt noch Sachen, oder? Habt ihr hier schon geguckt? Okay. Eine Sache hab ich aufgehoben. Na. Voll die schönen Pflanzen hier. Ey, warum treffe ich denn nicht? Aber es hat mich grad getroffen. Ey, das kann nicht sein. Der... Der macht mich aber jetzt fertig, der Typ. Dann komm... Komm zurück. Dann sei ich aus. Ach, da stehst du. Ne, wenn du da stehst und... Oh, 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 oh. Vorsicht. Ja. Hey, der reicht immer aus, ne? Die sind echt gut, ja? Die sind echt gut, ja? Sag ich hier irgendwas falsch. Okay. Okay, man muss immer alles kaputt machen und so, ne? Ja, genau. Oh, hier liegt so eine rote Scheibe. Ne, was ist das denn hier? Okay. Wie viel hab ich denn noch? Ich guck mal kurz in mein Inventar. 144, okay. Alles gut. Hier liegen noch Äpfel. Ich nehm mal einen. Ich hab irgendwie so einen Zahn oder was genommen. Oh, was ist denn das? Was denn? Schön. Edelstein hab ich gefunden. Oh, warte, wir müssen... Genau. Oh. Der hat keine Chance gehabt. Nee. Der arme Kehr. Da kommt noch einer. Warte, der dumpt sich voll, wenn das an... Was ist denn das für ein Freak? Er hat ja blaues Brot oder was? Okay. Checkpoint. Checkpoint. Kann man hier mit den Pflanzen Augen was machen? Nee, ne? Ich glaub nicht. Doch, ich glaub der ist schon aktiviert. Okay. Oh, da sind die Bienen. Ah, die neffigen Bienen, ja. Ich bin eine Biene. Ich will, dass ich bestäuben oder wie war das? Oh ja. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Oh, mit den Bogen sind die gar nicht so leicht gekippt. wartet mal ich muss mal kurz hier ich höre wieder was um ich muss mich irgendwie heilen ich habe ja einen käse gegessen müssen im münnsteck oder wie doch im vr-spiel ja immersion hier liegen noch zähne gebratener händchen schenkel praktisch dazu bräuchten die zähne und so kann ich meinen zahn haben ja genau mit denen das wieder so ein böser kerl schon immer mal so eine zähne hat und die bösen kommen alter hier sind spinnenweben ich kann mich daran erinnern wo ist denn die ich höre die ganze zeit dieses das ist wie nachts wenn man im Bett liegt und die ganze zeit so einen summen am ohr hat ja das ist schon fies ne fischi 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 oh das bist du hier neben mir mein gott bin ich schreckhaft ich habe irgendwie so eine schrift rolle gefunden okay ich weiß nicht wo es wo es jetzt richtig ist wo wir lang müssen aber da geht gar nicht lang hier könnte sein dass hier noch was liegt oder so hier sind schon wieder das ist ja echt schlimm wie so eine mücke nervige viecher dieser haken oder gleich die geräusche wie von der mücke haben die toll aufgenommen gehst du weg gehst du weg oh da schießt wieder was wenn ich immer so schön ausweichen würde da liegt noch ein fisch kann dich holen wir noch jetzt hat er gleich mit ich bin in die welt gebracht irgendwie ich habe die drei feine nicht getroffen wie blöd ist das dann jetzt bin ich entgegen gerannt ach man das ist doch wie sauer ist das der dumm sich immer ich habe schon schwierigkeiten zu treffen jetzt bist du tot ach da oben schießt noch einer ja ich stecke woher kommt ja wo seid denn ihr ich stehe ich stehe ja wo bist du na hier bei euch ach da ich muss was essen sonst bin ich gleich am Arsch ja mach das oh 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 ich hab ihn ne doch mal nicht ne alter der schießt die ganze zeit auf mich ja derzeit jetzt muss ich mich heilen 36 hab ich nur ach ok wenn man was ist das dauert dann mit bisschen ne ja das kann ja aber nicht so lange ja der zieht langsam hoch jetzt gerade ich hätte auch noch einen heiltrank aber ich warte jetzt erstmal ich habe auch noch was zu essen wenn du da was brauchst ich habe mir den Fisch jetzt noch rein guten Appetit wo geht es denn hier lang hier geht es nur nochmal rum ne da ist ein bisschen im Kreis gelaufen hier glaube ich da kann man aber lang von essen vom Fisch ja ich glaube ihr seid bis im Kreis gelaufen ne mhm wir müssen hier unter wie kann ich denn irgendwas fallen lassen ich habe hier Scherben an mir seht ihr das ich zeig mal ganz kurz hier die Option nochmal kurz ja jetzt sind sie wieder da ich glaube das ist ein Bug aber siehst du die jetzt ja ich seh die ich seh sie nicht mehr jetzt siehst du doch jetzt siehst du die da ja guck mal hier sind noch zwei Edelsteine die kannst du noch nehmen ja ich seh achso hier oh danke oh ohne Snipton ist das so scheiße ja ja hier ja das geht aber stürb 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 Ich seh gar nicht, ob ich den Schaden mache mit dem Schwert. Ich glaub, du musst dich noch mal heilen, Tobak. Oh ja. Ich hatte noch vom Fisch. So, kurbeln. Oh, da kommen wieder welche. Wölfer. Sogar ein Wölf, ich kann nicht schießen. Oh, komm, hau ab. Hä? Okay. Gut. Er will es aber wissen, ey. Ja. Gut. Wölfer ist tot. Dann nehmt euch mal den Rest. Oh, umschießt ihn. Ich hatte gerade einen kleinen Backen in meinen Bogen. Moment, ich muss mal kurz was essen. Ja. Also, eigentlich mit dem Bogen ist jetzt nicht so... Nicht so leicht auf jeden Fall. Ah, der ist weg. Ja. Da sind wieder welche. Da komm ich gar nicht ran an diese Belieberbälle. Oh, wie die sich ducken. Eventuell mal seinen hässlichen Kopf runter duckt. Mann, jetzt der Vorbild nicht, der lässt sich töten. Alter, da musst du auch schwer switchen, wenn du mir zu nahe kommst. Ja. Ne. Ich bin überall woanders immer. Oh, hier ist ne Unterwasserwelt. Kann man aber nicht rein. Hier sind noch ein paar Edelsteine. Ich muss mir noch was essen. Edelsteine, Edelsteine. Ja, was ist denn hier noch? Eine schöne Kiste. Das müssen wir uns teilen hier. Und das bei 5 kriegt die Frau. Ja, genau. Komm, Niki. Boah, da ist ein Käfig im Wasser. Das sieht ja voll cool aus. Hallo. Ist das alles für mich? Bedien dich, ja. Wow. Wo ist ein Käfig im Wasser? Da ist ein Käfig im Wasser. Sieht voll schön aus. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt gerade schon gegen die Wand gehauen ab. In meinem Raum. Ja, ich... Weil mir einfach Snipptüren fehlt. Ich bin auch schon auf Wanderschaftlerin. Ich trebe mich immer gerne selber. Ach, komm. Ja, ich mach das auch gerne selber, aber es stört halt in dem Raum hier. Wenn es nicht... Wenn ich jetzt einen 10 Meter rum hätte, wird es kein Problem. Ich versuche halt. Ja, ich versuche immer an der gleichen Stelle. Hier ist ein... 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 Check-On. Ja, guck mal, hier sind sogar Typen eingefroren im Eis. Die Spinne hat nicht hier gezogen. Hier sind Spinnen, Leute. Hier sind Spinnen. Was war denn das? Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Wollte ich nicht, was hast du aufgesammelt? Ein Oak-Apfel. Okay, lecker. Da hast du noch eine Spinne an der Wand. Und bam, lecker. Habt ihr euch gar nicht gesehen. Ich dachte, hier leuchtet irgendwas schönes. Ja, wow, was schönes. Super eine Spinne. Boah! Die sind aber... Die sind aber viele. Also ich gehe jetzt, glaube ich, auf Nahkampfwaffe. Äh, lasst uns am besten zusammenbleiben, oder? Ja. Boah, wie schön das hier ist. Von der Musik hier passt so ein bisschen in den Freizeitpark, ne? Wenn man irgendwo durchgeht. Ja. Finde ich. Wow! Die von euch schießen, sind die Spinnen viel zu schnell. Boah, scheiße. Nichtig. Tötet die Spinnen. So, haben wir jetzt irgendwas verpasst hier? Was ist denn da? Kann ich da auch noch? Wow! Das ist wieder eine. Hm? Okay. Die hab ich ja auch noch. Die hab ich noch gekriegt. Ja, ich glaube, wir sind auch auf und zu mal diese komischen... Wir müssen hier hoch auf jeden Fall, ne? Die muss man... Lass uns mal kurz hier noch rum. Da ist ja noch was. Ja, irgendjemand muss sich heilen. Wer bist du vor mir? Ich? Oder? Ich muss mich heilen. Ja, du hast nur noch halbe... Halbe Energie. Halbes. Dann esse ich mal... Nappel. Nappel ist immer gut. Ibi, spinni, spinni. Und? Die Niki haut alles klein hier. Schmeckt es? Nee. Geht so. Hey, aber hier ist ein Checkpoint. Sind wir hierher gekommen? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt hier lange dann hoch. Da ist diese Spinne gekommen, genau. das sind wieder spinnen achtung gar nicht ran wo er hießen sie überall das schon fies wer ist da hinten noch? es sieht schon cool aus weil ja alles so anders gestaltet ist mein gott ich bin so schreckhaft weil die sound-effekte so laut sind es kommt gleich die große spinne ja hier sind noch kleine ja hier sind noch eine kleine